Chalvea kocht heute Bohnenbrötchen. Das ist denkbar einfach, man nimmt Kidneybohnen und Eier. Eine Dose Kidneybohnen, vier Eier. Sehr simpel. Dann wird das Ganze zusammen püriert. Gut püriert. Dann kommen da Gewürze mit bei und 150 Milliliter heißes Wasser pro Dose Kidneybohnen. Dann wird das gerührt. Dazu kommt dann Natron und Flohsamenschalen. 40 Gramm je Dose. Und das muss man gut rühren, weil die saugen sich sofort voll. Und dann kommt Chemie dazu, Essig drauf, damit er mit dem Natron reagiert und der Teig geht. Gut mischen. Wie ihr seht, wird das dann so eine pumpige Masse. Die rühre ich dann ein bisschen zusammen und dann pappe ich das aufs Blech. Wenn das gemacht ist, kommt ihr in den Backofen. Für eine Stunde bis 70 Minuten kommt auch die Feuchtigkeit an. 180 Grad. Nur Ober- und Unterhitze. Und dann sind die fertig. Und sehen so aus. Kann man ganz normal aufschneiden. Ihr seht super schön innen drin auch von der Konsistenz her. Ich bin ja glutenintolerant. Das ist die perfekte Alternative für Brötchen. Guten Appetit wünsche ich euch.